Hallo liebe Freunde, wir sind zurück bei Rai's Son of Rome. Es heißt Rache aus Üben an Meister Nero. Leroy, das gilt hier noch ein bisschen fleißig. Das haben wir nämlich das letzte Mal übersehen, dass es hier noch extra Bäume gibt. Hey! Hey! Ich kenn dir hier XP, richtig geil, kriegst du noch schneller. Ich mach die wo einzeln. Doppel, ich weiß nicht, ob du kriegst es nicht so oft hin. Also schon, aber einzeln ist leichter. Leichter, hier gibt es nicht, du hast es schon ausgefüllt, warum auch immer. Das zählt wahrscheinlich zu den anderen. Bisschen komisch, aber... Auf jeden Fall, man schafft es scheinbar mit einmal durchspielen alle Talente. Sieht so aus, gell? Sieht so aus, weil es scheint uns als wären wir fast fertig hier. Wenn wir jetzt schon Rache üben und der gute Marius schon sagt, die Geschichte ist fast vorbei. Rom geht unter. Dank Nero. Der macht einen richtig guten Job. Als Politiker. Guckt euch doch die Armeröfer an. Ey, der sieht aus wie unser Vater. Stimmt, gleiche Charaktermittel genommen. Der Ding. Nochmal Ölfleck. Das ist Wasser, Junge. Ne, er hat jemand Öl verloren. Guck mal, wie sich das Kolosseum drin spiegelt. Schlecht, nicht schlaucht. Mit der Öl gespiegelt. Was ist los hier? Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie es abgeht, ey. Bleib doch an der Reihe. Aber ich habe gedacht, das verändert er sich vielleicht so ein bisschen vom Aussehen, dass er wirklich so schwarz und so wird. Hä? Na, das haben die doch vorhin erzählt, dass er... Ja, das haben die in den Geschichten erzählt. Ja, der hätte doch sehen können. Ist er jetzt ein Untoter, oder nicht? Nein, ist er nicht. Der lebt. Ja, wieder. Ja, deswegen ist er doch kein Untoter. Ja, aber er ist von Toten auferstanden. Ja, aber er war praktisch. Wenn jetzt jemand einen Herzinfarkt hat und daran... Der dann... Der war ja wirklich tot. Naja, der war doch auch, wenn er doch wiedergekommen ist. So, ey. Soll ich was? Junge, aber dann war das doch hierdurch eine göttliche Kraft. Was auch immer. Ist doch egal. Wir leben wieder. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Ne, mal der Herzinfarkt hat. Ist doch auch nicht Untoter, wenn er wiederkommt. Äh. Hey, verstehst du's? Halt's Maul. Also mir brennt der Helm gleich. Aber Junge, das will ich auch sehen. Warte mal. Ja, das war noch wieder so ein... Side-Weg. Side-Kick, Junge. Ja, Side-Kick, Junge. Boah, hier wie er hüpfen kann. Ein richtig cooler Typ. Weil die Graffitis, ey. Ich kenne ihn sich aus mit Street-Art. Wisst du, wie er es schon mal verschwunden hat? Geil. Hier waren wir schon mal. Kennst du? Was haben wir denn hier? Einen tapferen Helden? Einen tapferen Veteranen? LOL. Jetzt kannst du erst mal gegen Römer kämpfen. Wieso kämpfe ich jetzt gegen die? Ja, das sind doch die von dem Kaiser. Ja, das sind doch die von dem Kaiser. Ja, die wissen doch gar nicht, dass ich die umbringen würde. Tja. Wisst ihr, was hier los ist? Das sind Elite-Ritter oder so. Scheiße. Oh, mitten im Angriff. Stört. Oh, mitten im Angriff. Oh, oh, oh. Was ist los? Ja, du bist doch fast tot. Oh, die sind aber auch übel. Die sind übel und da war er auch schon tot. Ja, aber nur weil ich aus dem Spiel raus bin. Das letzte Mal haben wir nämlich gestern gespielt. Du hast viel lavast, Alter. Was hast du lavast? Das war vor ne Woche. Ja, stimmt. Das letzte Mal war vor ne Woche und einem Jahr. 30 Licht, ja. Ja, genau. Hm. Aber. Die Schwerter weg oder ich werde euch auf der Stelle entsprechen. Auf ihn! Ja, bitte angekommen. Kommt. Dieses Drecks. Ich hol noch 10.000 Stunden aus. Scheiße. Was? 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 Verkack ich jetzt gegen solche Lappen. Muss ruhiger werden. Sag mal nicht, dass ruhiger werden muss! Ups, dann gab mir ein bisschen Schmorte aus der Lange. Hallo. Schrei dir mal so rum, Alter. So. Ja, ja, hat euch das! Äh, ob ihr jetzt auch mal ein von denen irgendwie töten kann? Oh, nein! Ja, aber wie gesagt. Jetzt war aber 30 Lichtjahre jetzt her. Das wir wir später, Muss erst mal wieder mit der Steuerung klarkommen. Von vor 10 Minuten. wenn das 30 Lichtjahre Herr wäre, gell? Die würden nicht mal wissen, dass es Controller gab. Was möchtest du sagen? Was? Stimm dich mal lieber ein, Alter. Daran wird es nämlich liegen. Gleich drauf los, stürmen. Ich hab hier schon mal eine Scheiße gehabt. Jawohl. Ich hätte sie schon töten können. Schnee sein. Ich schrei jetzt, wenn es kommt. Nein, ich schrei nicht. Ok. Jetzt! Also, passt. Kommt noch mehr. Und ich verkackt. Das ist doch gay, Mann. Ich meine, nicht gay. Oh, Mann. Ey, hol doch noch 10 Stunden aus. Soll ich mir aber noch mal zuschlappen will. Das ist auf jeden Fall neu. Die anderen gucken schön hinzu. Auf jeden Fall kriegst du mächtig gesunde Zuhörungen. Wenn die Zivite-Ninja sind... Indias. Indias. Indias? Ja. Das ist auf jeden Fall. Oh, oh, oh. Alter. Boing. So cool. Okay. So cool. Okay, du machst das schon. Du machst das schon. Ich sag gar nichts. Du machst das schon. Ja, echt doch. Du machst das. Du musst ja einfach ruhiger werden. Boing. Läuft bei dir. Okay, komm noch mehr. Das war schon mal so. Er holt auf jeden Fall von Starku. Dreck. Dreck. Scheiße. Puhbär wie wie der Puhbär. Ah, der römische Puhbär. Wir war der Beweis. Da ist jemand drin. Pro die Helm und den Kopf und so sieht man gar nicht Nein Schweiger ich muss unter von der Straße nicht Ärger vermeiden werden Achso Na, mach noch mehr Krach um schiener und und ich kann schon mal lüten ich werde voll spannend, oder? ja, ich würde auch schon mal gehen oh so arm ab, vom Feinsten ich würde die ganze Zeit falter hey, willst du was? das passt mal nicht aus, ey sexy schlupferl alter, zeig mal den schönen Arsch, alter hat der einen tanker an, oder was? lila tanker krass, man nannte ihn auch sexy schlupferl hm, hm, hm oh, oh, jetzt kriegen wir ja nochmal einen schönen Ausblick geliefert schlack doch gegen ihn mach ich's gerne wo ist denn? das wird bei uns geschossen schlack hey, geruf hey, geruf schlack wow wo op aimbot hat er mir auch was? was? von mir habe ich das Gefühl Da ist niemand alt, der... Du bist zu bekloppt. Du kannst weiter. Ne, das noch einer. Bist nicht, Alter! Das war's. Ohne die Pelle! Nein, ich fress die ganze Zeit Schaden. Ne, du bist nicht. Und jetzt? So, irgendwo da. Oh, hier geht's ja auch noch hier. Ja, hier geht's sicherlich runter. Oooooooooooooooooooooooooooo! Das ist doch die schönen Todbasen in Ruhe, ey. Die hab ich mit Liebe gemalt. Eigentlich. Warum nicht einfach Hercules jetzt zur Seite steht? Das wär ja immer, ey. Herculade! Wie hieß das Zeug? Ja, Herculade. Herculade! Herculade! Ist okay. Oi! Hey! Das Rücken wird auch sterben. Oh du, ihr Rappenschädel! Ja, das ist jetzt nochmal richtig überschwer. Oh, wow! Was? Was? Oh, das war's. Ja! Ach, du machst doch glaube mehr Schaden, wenn du im Takt schlägst, ne? Also immer wenn der trifft, bumm, 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 dann kommst du da und du kriegst auch dieses besseren Treffaufzeugs da. Verklickt hab ich mich schon wieder. Also da kommt immer so ein Geräusch, wenn du das verklickst. Aber so richtig eine Auswirkung hat es irgendwie nicht, ich hab keine Ahnung. Ey auch egal. Ist hier überhaupt hier hoch? Ich hab keine Ahnung, scheinbar nicht, ey. Da kommt immer das perfekte Schlag. Wenn du im Tappen schlägst. Jetzt rasselt er aus. Ja Kamera, war ein bisschen überfordert. Schönes Bild. Hier sind die Lila, ey. Er kriegt nicht genug. Fahr mir nicht gut lang aus. Hier rein. Die Vanilla deiner Familie. Vanilla. Die Villa deiner Familie. Vanilla. Oh, hier. Hier ist doch. Oh, bei Hercules. Das Ziegenbock. Hm. Komm ich grad nicht drauf. Ich wüsste es auch nicht. Phil, ne. Geht da ab. Leiche. Sechs Wichser. 59. Ich zähl mit. Hier ist bitte was los. Krass. Gönn dir. Wenn du die Straße hinrichten willst. Boah, wir haben 9 von 21. Ist gar nicht so verkehrt. Wir haben aber auch nicht danach gesucht. Muss man mal hier sagen. Nicht? Ne. Ich such nie nach sowas. Das interessiert mich nicht wirklich. Gibt ja so Leute die spinnen so nach Errungenschaften. Dass sie alles haben. Was geht denn eigentlich mit dir? Ich will auch kämpfen. Ich will. Ich bin Star. Ich bin bereit. Geil, Alter. Ey, bist du auch fahrig? Kannst du kämpfen, ne? Bitte. Du schlägst ja grad immer vor dem Puller, Alter. Deinem Schild. Es gibt kein sauberes Wasser. Keine sanitären Anlagen. Keine Unterdrücken. Und Essen, wenn dich essen. Ich muss darum betteln. Hast du dich verirrt? Nein. Ich bin daheim. Nicht wie du es in Erinnerung hast. Was? Du rühst alles innen rum. Wow. Lauf, Alter. Lass den. Oh, den Bindel. Ey, da ist die Villa. Ich bin zu Hause. Home, sweet home. Kommt nochmal ein Endgegner jetzt. Stimmt. Es gibt auch so eine übelselite Einheit oder so. Ich hab da was in der Lippe. Hey, liegen die immer noch da? Ach nee, ich wollte schon sagen. Ich hab mich gerade voll gewundert. Ich hab da. Rache führt. Der Schläfer ist erwacht. Arbeit. Arbeit. Arbeit muss getan werden. Erwarten uns unsere größten Feinde nicht immer in fernen Land. Wer bist du? Warum ist das geschehen? Mein Vater war ein Held Roms. Mein Vater war ein großer General und ein beliebter Renator. Zubeliebt vielleicht. Der Kaiser ist ein baldischer Mann. Ein kleiner Mann. Mein Vater war ein großer Mann. Mein Vater war ein Toronto. Mein Vater lebte um Rom zu liegen. Kaiser Mäher... Was ist das denn? Gott! Wie viel war, guck dir... Du bist so kindisch! Und er hat uns achter andere Männer wie er ... ... und ruhm auszunehmen. Oh mein Gott! Wie alt bist du? Zwölf? Nee, elf. Ich will bloß noch... Das ist Nemesis. Ich wusste es. Das ist Nemesis. Rette Rom. Rette Rom. Geh ein bisschen. Der steht bestimmt unter Pilzen, aber so'n Scheiß. Bildet sich das noch nicht. Bildet sich das noch nicht. Zu viel Wein gesoffen. Meinst du so richtig rot wie Wein? Was geht jetzt? Jetzt schmiedet er in Siserie. Uiuiuiui. Ist er jetzt noch schmied, ja? Jetzt wird es aber hoch erotisch, ja. Ich denke mal sogar was auf dem Nipplenknee. Aber hier Medusa. Ist das ein Puff, alter. Ja. Wird gepumpst während er schmiedet. So. Muss man dann aber 18 machen. Ah, krass. Hat sich so ne Rüstung geschmiedet. Ach doch nicht. Das war ne Wache. Oh, alter geil. Das hier. Richtig geil. Das hier. Richtig geil. Was ist das? Nur ein Mann konnte mir den gewähren. Also such dich. Damocles? Ich komme wegen des Turniers. Da! Ein Gladiator? Ach. Diese... mythische Rüstung... ist eine nette Geste. Du hast mir ganz schön... Nur die geschicktesten Kämpfer dürfen am Turnier teilen. Schauen wir mal, ob du so gut kämpfst, wie du auch bist. Toll, wenn ich da gegen Smarterkus kämpfen muss, habe ich verloren. Was ist das? Voll modern und so. Spielen wir jetzt Rüstung als Roulette oder was? Nein, Roulette. Du kannst jetzt für mich kämpfen. Jetzt zeig mir was du kannst. Mein Freund! Schau! Zack! Ah, sieht schon cool aus. Ah, ein Mannschaft! Oh, nein! Der ist, Alter. Das ist unerbar! Das ist unerbar! Das ist unerbar! Kommt Junge, ich bin bereit! Jetzt hast du hier einen kleinen Fight! Samba, Samba! Boing! Ich müsste der Helm einfach mal kaputt gehen! Boing! Boing! Ja, das ist doch alles kein Problem, Alter! Boing! Boing! Echt, Romulus und Demos! Boing! 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 Ich bin gerade fertig mit dem letzten Feindschluss, ein Geschenk an meinen Vater, den Kaiser, ein äußerst großartiges Wert, wie ich zugeben muss, mit einer versteckten Überraschung, einen kleinen Wohlraum in seinem Kopf, der Tränen aus feinstem Weißwein als Symbol der Liebe zum Reisen. Ja, so ein bisschen lange Weide. Das Blut von seinem Sohn. Und Tschüss. Geil. Geil. Keine Gnade, so ist richtig. Bust, Alter. Fuck off. Tja, Samikos. Ah, der nimmt das Blut von seinem Sohn. Was sieht denn? Das ist die von X-Men, die sich immer verwandeln kann. Stimmig. Stimmig. Bodypainting, ey. It's fit. Schneid mich los, wenn du deine Zukunft erfahren willst. Dann bin ich. Ich bin ein Held von mir. Geist, der Fagentor. Geist. 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 Ich habe nur alle zu viel geschnitten. Damos cl évidemment. Damos cläs. Läs, Dieser General, wiederum von Damocles. Kaiser Neo. Er stirbt nur durch sein eigenes Schwert. Du kannst ihn nicht halt nicht. Weg ist er. Jevons. Weg ist er. Woariung. Weg ist er. 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 Kommodos war der Nürnste, er wollte hier im Holocé und ganz Rom seine großen Säden präsentieren und unsere Taten für die Seine ausgeben. Ich würde mir das Recht verdienen, gegen ihn zu kämpfen und Rom von seinem Geist. Oh, kurz Pause. Ganz kurz, hier, 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 hier. Ja, 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 wie unprofessionell. Ja, wie unprofessionell, ja, och ja, los, Gott. Machen wir einfach weiter hier, scheißegal. Ah, ich weiß nicht. Schauen wir uns hier das schöne Tor an, machen Pause im Hinz. Und machen es richtig spannend, was abgeht in der Arena, ey. Wahnsinn. Blabbert nicht. Niemand wird hier sterben. Außer ihr. So, liebe Freunde. Und wie es in der Arena abgeht, was da Phase ist. Was erfahrt ihr in der nächsten Folge. Reingehauen. Und da sind wir hier drin.